Ja, scheinbar verwandeln sich wirklich nicht alle Kokons mehr. Ist doch blöd, wenn man damit rechnet und dann ewig wartet und nichts passiert. Beziehungsweise, dass man weitergeht und damit rechnet, dass es nichts passiert und dann kommt er von hinten an. So, hier liegt aber irgendwo eine Waffe rum. Vielleicht ist ja das jetzt die Explosivwaffe. Ups, Punkte. Ja, 4000. Schöne Sache. Bin ich jetzt eigentlich bei den Häusern, wo Chris... Ah, hier liegt ein Schrotpflanzer. Wo Chris hier diese Geisel retten wollte. Ja, ein Schwein. Jake, bist du okay? So frech fand ich das jetzt auch nicht. Warum hat er die Supergirl gemacht, so ein Kompliment. Na, wird's nicht noch dazu gesehen? Okay. Oh, cool. going. Das war's für heute. Das war's für heute. Na, wo sind die anderen? Ich hab zu viel Munition. Gibt mal ein bisschen was zu brauchen. Das war's für heute. Ich hoffe, ich komm mal in die Punkte noch an. Das wäre schade, wenn nicht. So, wo lag jetzt die Muni? Ich hoffe, es ist der Kaliber. Ist er gar nicht. Der auch nicht. Ach nee, da steht Schrot hinter. Sieben Millimeter. Stehen hier meine Waffen. 7,6. 60 Schuss. Welche hatten 60 Schuss? Ach, mein Scharfschützengewehr. Das ist Scharfschützenmoni. Aber dann hau ich doch lieber mal die scheiß Blendgranaten raus. Damit ich mir die Schrotmoni mitnehmen kann. Hä, die ist jetzt verschwunden. Na geil, jetzt hab ich gerade extra was weggehauen. Ach so. Ach so. Okay, einfach rüberspringen. Na dann, Shelly, geh vor. Weise mir den Weg. Dieses Kapitel hab ich schon drei gefunden. Ja, manchmal ist es echt offensichtlich. Und manchmal muss man richtig gezielt danach suchen. Na, kommt jetzt hier was Größeres, dass nochmal so viel Munition kommt? Was ist das denn die Schrothe? Wenn sie auf den machte. Okay. Okay. obile. Wenn sie auf den Montag fanden, ist sie verbraflich. Okay. Don't get too close. You can rip to Shrek. Yeah. Thanks. I know what a Chainz-Jaw could do. Hellooo. Oh. No. ich gehe hoch das ist mir zu risky 4000 heftig und dieses ding noch auf dem Kopf was hätten wir denn gemacht wenn das ding jetzt nicht runtergefallen wäre ich ja hier jämmerlich in den feuer versteckt es ist amerikanisch! woran hat es denn das gerade gesehen? ach jetzt kommt noch mit leon das kapitel und diesem fetten vieh glaube ich noch das nicht sterben wollte was mich ja schon zwei dreimal verfolgt hat hier ist das? leon? leon? we're on our way to meet with him right now where is he? i need to know let me handle this your orders were to avoid contact with anyone leon's not just anyone he saved my life back in raccoon city fair enough look out leon the plane he will sowas schon als girlfriend haben leon 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 will wir we download alle leon Hey, schieb die Brücke, über hier! Jetzt werde ich wenigstens ein bisschen Munition los vonnehmen. Ach ja, stimmt. Schade, bin ich ja wieder in dem Team, dass unten bleibt. Letztes Mal habe ich ja Sherry gespielt. Äh, nicht Sherry. Wie hieß die Tante? Hildegard? Nee. Kamina? Wie hauen das? Helena, so. Oh oh. Ich habe überlebt. Wie kommt das denn? Oh, ich habe überlebt. Wie kommt das denn? Oh, ich habe überlebt. Wie kommt das denn? Ich komme gleich. Wartet nur kurz auf mich. Los, komm mal her. Okay, das könnte ein bisschen nah sein. Was tut der? Ach ja, er hat ja seine Raffe gewechselt. Was tut der? Okay. Die Raffe kam hier. Oh, man. Ich bin nicht. Das bedeutet, dass wir die Dinge einfach machen können. Geh mit deinem Stummel weg. Und tschüss. Weil man noch bis zur letzten Sekunde warten muss, bevor man wegspringt. Geh mit deinem Stummel weg. Hier gab es auch einen Untergrund. Ach nee, das war jetzt das, wo ich lang muss. Ich dachte schon, ich habe damals was verpasst. Och Manu, kann hier nicht mal so ein Agent kommen? Nö, ich such nicht. Dort schon in der Ewischen, dann kommt doch keiner. Außerdem können die auch mittendrin im Spiel reinkommen. Was hat sie denn? Was hat sie denn? Was ist das? Is das sie? Was ist das? He, andersrum drinnen. Das ist aber auch nur eine knappe Angelegenheit. Aber lenken könnte ich gerade nicht. Ich musste nur... Aber warum hat Adai Wong jetzt geholfen? Die hat uns doch vorher zweimal klingen sollen. Freunde wurden hier eingelangt mit der Party. Und wieder so eine Tafel, die alles beendet. Okay, also das Fieber da ziemlich schnell geht. Also es ist gottlich so, dass wenn man den Feuer drauf schießt, du brauchst dich verwandern. Boah, ich hab keine Mund mehr. Jemand hat schon 150. So, das Kapitel müsste eigentlich auch gleich zu Ende sein. Ich frag mich echt, warum auf einmal... Ey, der Wong uns geholfen, Alter. Ich muss auch genau da hinspringen, wo ich stehe. Ne, was kann das dann sein? Wenn ich wieder so einen Fisch... Und das wird ne harte Drehung. Was? Ich würd grad sagen, der nächste Ton kippt doch jetzt bestimmt auf. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ey, das war richtig knapp, glaub ich. Eigentlich saß so aus, als ob er durch mich durchgeflogen ist. Also ich hab gerade nichts gesehen. Come on, really? Oh, oh, oh. Ich hab diesmal nicht so ne Stange hinten drin. Oh, oh. Was zur Hölle war das? Und der Propeller dreht sich auch noch? Da oben steht Ada Wong. Bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das ist. Oh, ich würde gerade gucken. Wo ist die Titanic? Oh shit, Sherry! Jake! Sag doch, es ist Ada. Und ich habe sie sogar vorher gesehen. Hm, Schnitzel. Aber ich vermute ja sowieso, dass es zwei Ada Wongs gibt. Ja? Fast. Alles klar, ich hoffe, wir werden da so schnell wie wir können. Oder sie beschützt uns, weil sie weiß, dass wir uns jetzt mit Simmons treffen. Bus ist noch immer noch Tabs an dir, oder? Für jetzt. Dann gehen wir los. So, schnell nachladen. Dass die Waffe auch voll ist, wenn ich sie brauche. Okay, davon habe ich am meisten Schuss, die rüste ich erstmal aus. Ich habe fast das Gefühl, dass es sogar derselbe Steg ist, mit dem wir auch bei Chris angekommen sind. Roger. Wir sind auch da durch. Durch so eine riesen Tür. Und dann waren wir in dem Gebäude drin, wo dann die Schießerei war mit Simmons und der dann die Spritze gekriegt hat. Wo es ja dann mit dem Zug wegging. Wenn Leon richtig war über Simons... ... ich will, dass du zu gehen. Kein Fall, was passiert. Die merken wohl. Sie sagen, Sie waren in der Terroristen. Ist das wahr? Was? Sie gehen über die Straße, zu jemanden, die hört? Antwort auf mich! Das ist für den Vorteil des USA und die globale Sicherheit. Ich kann nicht sehen, wie zu töten der Präsidenten ist gut für das Land. Der Präsident ist tot? Wir haben Leon für das. Verdammt Sie, Siemens! Entschuldigung von ihnen. Holden Sie auf! Die beiden sind noch von uns. Du musst dich mehr bemerken. Okay, okay. Also, was ist der Plan, Hero? Du denkst, du kannst es in der Tür gehen? Warum haben wir ihn einfach? Ich brauche dich, Sherry. Wenn wir das aufhören, ich habe auch bessere Dinge zu tun. Was werden Sie zwei tun? Finis, Siemens. Es gibt Informationen hier, die das C-Virus stoppen könnte. Siemens will es. Danke. Ich werde einen Telefon an der FOS für Sie eine Schutz. Jetzt, los! Sollte man das nicht sofort sagen? Oh, nicht so schnell. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Katscht! 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 Katsch! Wie können Sie sich jetzt von so'n paar Hanseln da überwältigen lassen? Sie geben einfach nicht auf. 15 Gamers raus. Schließen Sie Kapitel 4 ab.